Mein Name ist Guido Dachmann. Ich bin bei XXL Küchenass Filialleiter in Radebeul. Der 100%-Club. Die Idee, seinen Umsatz zu verbessern. Warum sollte ich das tun? Ich habe einen guten Umsatz, Filialbester. Warum sollte ich noch mehr wollen? Gibt es überhaupt mehr? Geht mehr? Um das herauszufinden, warum sollte man nicht seine Struktur überdenken? Warum sollte man sich nicht verändern? Wer sagt, dass vor 20 Jahren so war, heute immer noch zählt? Wer sagt mir, dass ich mich verändern muss? Keiner. Wenn ich es nicht will, kann mir keiner sagen, was ich will. Ich muss es wollen. Und es richtet sich nicht an diejenigen, die sagen, es war immer so, es bleibt so, es ist einfach geil, so wie es ist. Es richtet sich an die Leute, die sagen, es ist geil, wie es ist, aber vielleicht gibt es noch supergeil. Vielleicht gibt es auch super, supergeil. Keine Ahnung. Wer es nicht herausfindet, hat es nicht erfahren. Einen? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020